Wir freuen uns heute extrem bei der Frankfurter Grand Gala dabei zu sein, mit unserem Lucid Air Dream Edition und wir finden, Frankfurt passt einfach perfekt zu uns und dieses Event ist für uns wie maßgeschneidert. Ja, es wird ein Cover-Comeback geben, das wird nicht heute Abend gelauncht, aber wir werden heute Abend darüber sprechen, was für Themen dieses Cover inhalten wird und ich kann euch sagen, es wird ein sehr prima Empowerment bei Kunden geben und ich bin sehr stolz, dass ich da wieder mitwirken kann und es wird sich mittlerweile an wie Familie. Ich meine, 2018 sei jetzt auch so gefühlt ewig her, es ist wieder Zeit. Frankfurt kann alles und ich liebe an dieser Stadt, dass sie einfach so durchmischt ist und alle Menschen so herzlich und offen sind und hier kannst du alles erleben und alles haben auf engstem Raum. Veranstaltungen und Events wie diese sind total wichtig für uns, aber nicht jede Veranstaltung ist wie die andere und diese Veranstaltung hier ist besonders. Tolle Leute, eine tolle Location, ein wundervolles Programm und viele Leute, die interessiert sind von uns zu hören, was wir mit unserer Arbeit erreichen wollen und wie wir arbeiten. Für The Frankfurter ist natürlich nicht nur wichtig, solche Events zu kreieren, um tolle Abende zu erleben, sondern eben auch Gutes zu tun und einfach diesem caritativen Teil, diesem Kern nachzugehen. Und das ist doch großartig, dass wir das als Unternehmen können, Botschafter zu sein, in diesem Fall für Make-A-Wish Deutschlands schwer erkrankten Kindern, schwer kranken Kindern Gutes zu tun und hier als sozusagen Messenger, die Leute zu mobilisieren, hier in einer möglichst hohen Form zu spenden. Also ich genieße den heutigen Abend, das ist ein wunderbares Event, was hier wieder The Frankfurter aufstellt, ist ja das, was es braucht, um Frankfurt nach vorne zu führen und zu zeigen, wie toll unsere Stadt eigentlich auch ist und da haben wir in den letzten Jahren viel zu wenig draus gemacht. Well, whenever Robin and the Frankfurter organize something, it always embodies the best of what makes Frankfurt such a great international city. We have leading figures here from politics, economics and business, culture and society all coming together for a really fun evening. We have Make-A-Wish Foundation, a great American nonprofit organization that does fantastic charity work. It's just another great evening, a home run for Frankfurter and for the city of Frankfurt. make-A-Wish